Mit dem Titel Bund vielfältig stark, wir gestalten Lebensperspektiven mit jungen Menschen, möchten wir diese Tagung nutzen, um mit ihnen auf der einen Seite selbstbewusst unsere Rolle in der Gesellschaft zu reflektieren und auf der anderen Seite Perspektiven für die Zukunft in den Blick zu nehmen. Der BVKI ist bunt! 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 Wir sehen in der christlich orientierten Kinder- und Jugendhilfe die unterschiedlichen Lebensentwürfe, in Bezug auf religiöse, kulturelle und sexuelle Orientierung, als Werder. Wir wollen die Offenheit von Vielfalt und Pluralität achten und in unsere Kultur einbinden. Wir dürfen keine Unterschiede machen, auch keine versteckten und heimlichen Ausgrenzungen. Das sind wir schon den Kindern und Jugendlichen schuldig, deren Aufwachsen wir begleiten und für deren Aufwachsen wir mit Verantwortung übernehmen. Wir als katholischer Verband beteiligen uns nicht mehr an Ausgrenzung und Diskriminierung. Wir fordern die Verantwortlichen in der Kirche zu mutigen und überfälligen Reformen auf. Konkret fordern wir die umfassende Veränderung der bischöflichen Grundordnung und die Abschaffung der Loyalitätsobliegenheiten, um damit neben der Zusage zur Vielfalt rechtliche Sicherheit für den Weg zu einer offenen und diversen Caritas und Kirche zu erlangen. Applaus Applaus Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.